Herzlich willkommen zurück zu einem zweiten UL-Rennen. Wir haben das letzte Jahr gewonnen. Wir sind beim letzten UL-Rennen zweimal Erster geworden, einmal Zweiter. Aber egal, jetzt fahren wir dieses hier. Gucken wir uns das mal an. Hier auf der Karte. Okay. 7000 Preiskillt, 1.000 km. Gucken wir mal nach. Das könnte jetzt ein stilles werden, hoffe ich doch mal. Nehmen wir an und legen los. Ich sage ja, UL-Rennen finde ich ja am geilsten. Neben Street X. Das sind so meine Top-Rennen in Need for Speed Underground 2. So, auf die Plätze, fertig. Mal gucken, wer jetzt mit fährt. Bestimmt hier Angelo und Prinz Elm. Okay, diese Kombi. Erste Runde zum Warmpferden. Ist eine schnelle Kombination. Wenn man sich geschickt anstellt, machbar. Auch mit meiner Lieblingsrunde wieder in Reverse. Das ist eine Kurve, meine ich. Power Slide noch gekonnt mitgenommen. Ja, ist eine schnelle Runde. Fast eine Minute. Also auf dem Abschnitt sind wir schnell. Final lap. Die packen jetzt echt den dritten Runde-Bonus wieder aus. Da hat ein 206er fast abgedrängt. Da haben wir ganz schön zurückgedrängt. Okay, schnelles Rennen gewonnen. Ah, ein 206er. Und ein 106er. Hab ich doch richtig gesehen. Da haben wir zurückgedrängt. Okay. Also die 206er. Die Kleinwagen sind hier gut auf den schnellen Kursen. Nächstes Rennen. Den Kostas müssen wir im Auge behalten. Und den 106er. Tom, 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 Tom. Während wir ihn abdrängen. Sind gleich schon ein paar Mann am Start. Die nachziehen. Wow. Hoi, ey. Der teilt da kräftig aus. Und auch hier müssen wir gucken, wenn es geht, Zweiter zu werden. Ich meine im Rennen. Nicht im... Also hier in diesem Rennen hier. In dem zweiten Rennen. Nicht im Gesamt-URL-Wertung. Also hier in diesem... Wir sind schnell, wenn es darum geht, wirklich... Auf geraden Abschnitten zu fahren. Aber sobald es dann kurvig wird. Woher bremsen müssen. Seitenkuschen schon der 2, laut Radar. Du drehst mich nicht um, du Sau. Und du, aufge Gott. Okay. Untertitelung. BR 2018 Final Lap Na danke, jetzt kommt noch Regen dazu So, letzter Abschnitt So, gewonnen! Diesmal gegen Russell im Skyline Okay Na, die wechseln sich ab Drittes Rennen Also Kostas und Russell, da müssen wir aufpassen Wow, da dreht mich aber einer Da dreht mich mehrere Das sind schnelle Runden hier jetzt Na Leute, lasst mich mal durch So Ich habe gerade nicht auf Rundenzeit geachtet Auf jeden Fall was schnelles 28 Sekunden, okay Das ist echt schnell So So, 1,29 So, wir haben gewonnen 1,29 Ja mal so schnell So lange dauert Meistens eine Runde 7.000 haben wir eingestrichen Yeah Was haben wir jetzt? Noch ein Auto So, 4 URLs haben wir noch vor uns Und so So, wir fahren mal kurz Zum Autohändler Ja, Rüdi Ja, Rüdi Gucken was die Was die für ein neues Stoff haben Hey, alles klar, Digga Cool, dass du heute Abend unterwegs bist Meine Jungs sagen Da könnte was im Gebiet des Flughafens abgeht Keine Ahnung wo genau Aber sollte leicht zu finden sein Ich fahre jetzt in die Richtung Hoffentlich sehen wir uns da Bis dann, Peace Mach das So Mal gucken, was haben die neu ist Mal gucken Der Mustern GT war ja letztens neu Evolution war neu RX-7 war neu WX im Peraza Okay Tja Das war's an Autos Und ich bin dafür Dass wir zum Flughafen fahren Und noch ein UL-Renn machen So, wenn wir die durch haben Die UL-Renn Dann rüsten wir unseren Eskelett weiter auf Und machen ein paar Gelände rennen Davon haben bisher nur einen gemacht Juni Oh, was wird das denn hier Da war ich leicht verwirrt gewesen Ich habe jetzt nicht damit gerechnet Dass er mich über Kohlhaber schickt Da hat mich Rüdi ein bisschen verwirrt 2,81 Ui, 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 ui Warte mal eben Da war noch was Ja, Drecks Von Nigel Nigel, Menzel wieder am Start Ja, okay Hellmann, konzentriert dich auf das U-Rennen U-R-L Das sind die Besten Der Besten Absolute Könner Du fährst gegen die Besten Wacer der Stadt Also gib alles Oder nichts So, das machen wir noch Und danach Benden wir die Session Je nachdem Wie lange das jetzt dauert Flughafen Mal gucken Welche Kombination Das diesmal ist Ey, bleibt der da stehen Oder was Das war bestimmt Taktik gewesen Ah Jetzt kommen diverse Strecken In Reverse Vier Runden Wir sind auf Platz 4 Mal den Turbo zünden Kann sein, dass wir es normal machen müssen Das Rennen Weil mit einem Platz 3 Gebe ich mich nicht zufrieden Da wir vier Runden haben Müssen wir unseren vierten Rundenbonus ausspielen Ach, jetzt stelle ich nicht im Weg Guck mal den Siehst du, der rammt uns noch extra weg Und da kommt dann schon der nächste Da kannst du mal sehen Mit welchen Bandagentier fahren Hier brauchen wir keinen Nuss Ich will mir nur den Windschatten holen Für die letzte Runde Damit wir genug Nuss haben Zum rauskatapultieren Ja, Mr. Scott fährt auch wieder mit Scott, ihr der Wunderknabe Hat seinen Wagen getunt Alter, was wird das denn hier? Wir sind in der vierten Runde Wo kamen die denn jetzt alle her? Jetzt müssen wir mit Warp-Geschwindigkeit fliegen Wir haben keinen Nuss mehr Oh, scheiße Entschuldigung Mataju Boah, ich hätte gedacht Wir werden, keine Ahnung Einmal zum Schluss Hab ich nur noch tausend Leute Vor uns gesehen Oh, die drängen dich hier sofort weg Ey, jetzt halt mich nicht auf Sind wieder vier Runden Aber Haarige Ich will nicht schon wieder Zweiter werden Der ist schon wieder erster Das Rennen machen wir gleich nochmal neu Da kommen wir nicht ran Die Kegeln, die geht schon weg Das ist ja keine Chance Was zu reißen So Ey, die flippern hier mit dir Ey Das war doch wieder Mataju Das hab ich doch gesehen Der ist schon wieder Wir sind letzter. Alter, das gibt's doch nicht. Da kannst du mal sehen, wie knapp das hier ist. Und jetzt mein Tayo schon wieder zweiter. Ja. 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 Ich bin still. Ja. Da schiebt doch schon wieder einer. Dann krieg da mal keinen Ausraster. Ja. Ja. Wir müssen nur von Matteo bleiben. Wie er heißt. So, da sind wir auch wieder. Wir haben keinen Aus mehr. Okay, wir sind gleich. Aber wir haben gewonnen. Das haben wir gewonnen. Dann sind wir wieder an zweiter Stelle. Also, bis gleich. Euer Weghoffner. Tschüss. Tschüss. Ja.